Die Grachten hier in Amsterdam sind wunderbar beschaulich. Wo es überhaupt nicht beschaulich sein wird, ist auf dem Sales & Marketing Zirkus am 29.06. im Lustspielhaus in Wien. Denn da erfahren Sie alles über Innovation, Disruption, über die neuesten Trends und die neuesten Möglichkeiten, Ihre Kunden, Ihre Mitarbeiter, Ihre Geschäftspartner glücklicher zu machen, um noch mehr Erfolg zu haben. Denn ein guter Kapitän auch auf den Grachten weiß, es kommt nicht darauf an, wo ich bin, sondern darauf an, wo ich hinfahre. Mein Name ist Dietmar Dahm. Wir sehen uns am 29.06. im Lustspielhaus in Wien. Viele Grüße gerade von einer Konferenz in Amsterdam. Bis dann. Ciao, ciao.